Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Blacklight Together. Heute spielen gemeinsam Red Hamster, Megamec-X, Psycho-Cypher und Sayorama den neuen Zombie-Modus in Blacklight. Viel Spaß! Jetzt können wir loslegen. Scheiße, ich hab Tourette vergessen. So, du hast Tourette? Ich hab keine Ahnung, du hast doch noch nie gezockt. Nee, ich hab keine Ahnung, du hast doch noch nie gezockt. Wir werden alle sterben, was? Wir werden alle sterben. Ja, kein Spaß. Die Tunnels gehen auch nur sporadisch. Die wollen nicht. Die Tunnels, also da, wo du dich aufladen kannst. Gehen wir wieder an unsere Position, Skala. Position? Was ist das, was da liegt? Aufheben. Was aufheben. Also, das ist Muni. Wir müssen mit Muni auffalten, weil Muni ist selten, ne? Muni ist selten? Ja. Auch scheiße. Das ist nicht mein Mod. Nicht alles am Stand. Ja, mein, mein. Also genau. Mein, mein. Der Herz. Ja, ich dachte, ich sollte alles nehmen. Jetzt soll ich doch nicht alles am Stand. Nein. Muni musst du nur aufpassen. Das, was leuchtet, ist lustig. Das darfst du. Aufheben. Das, was leuchtet, darf ich aufheben. Okay. Das darf Muni. Was denn? Ich hatte auch noch 10 Schuss drin. Ich hab 19. Ja. Und was ist jetzt unser Ziel? Einfach nur die Viecher abknallen. Überleben. Überleben. Oh, nein. Okay, dann überleben. Das war nicht so weit weg. Ah, das war nicht so weit weg. Dann kommt den nachlaufen. Mein Rücken ein. Oh, nein. Oh, nein. Das war nicht so weit weg. Ah, dreckische Köder. Brafe auf. Die haben Schilde. Die haben, fuck die noch mal Schilde. Das ist noch harmlos. Die mit den Flammenwerfer wiesenlustig. und ab und zu müssen auch was hätten die welt gerade zum beispiel angezeigt ich glaube ich schaff es bis dahin das geld wieder da ich mich auch noch so eine hier war das mal hektisch okay okay ich habe ein problem auf der europa der um ein als stück das wird auch nicht an wir haben einen Spruch erzeugen und nicht wir können auch mal umgehalten werden so ein bisschen mehr da und dann kommt man irgendwie um einen dritten Räume und schon war es bestimmt in irgendeinem anderen ständige oft ist ach, fuck, jetzt hab ich mir von uns Kasten gekauft, scheiße dann werde ich da mal hingehen, wenn das so ist oh, ne, Aufnahmestudio ich war komm der fette, oder? bin ich sicher, ob ich da rein soll jetzt? ach ne, ist noch mal rein, ich will auch ne, geh ruhig zu Rompe, der fragt schon nach dir ah, ok 2,0, ok ja, der wurde halt erledigt, das ist keine Money nix Money, ich hab nur noch 12 Schuss hä, davon ist am Terminal, geh noch dran geh mal zum Terminal ah, Terminal, ok also ich hätte noch genug Monete ja, so ist der Hamstatt ich hab noch gar nix der Hamstatt da ist ein da ist ein ich müsste geheilt werden äh, Theo hat den Effekt nicht mitgenommen ja, du brauchst da hat er doch keine 400 gp keine 400 gp? willi? äh Alter, hab ich gesagt, ne Drecks halt ausgehalten ah, die halten ein bisschen was aus aber, aber, aber du, da muss schon scheinen ja, ja, sorry ich hab das zu selbe gesagt, du solltest nicht mitnehmen aber da ist einer, da ist einer ja ah, verpist dich du, Drecks, Zombie die lassen auch manchmal Waffen fallen, die kannst du aufheben ja mit denen kannst du dich dann wehren, wenn du keine Money mehr hast wie ich jetzt ja so, so so so, Park hat's für weniger äh, so, so, so 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 da ist Money, da ist Money ah ich komm gar nicht soweit zu dir hier, 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 Moni ja, gut da, siehst du mal auch mit Absicht nicht aufgehoben oh, ich nehme mal überfällig hab ich noch mehr oder 60 Schuss Bats 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 oh, rekt doch, ihr blöden Köter äh, guck mal her das ist dumm gewehrt nein guck mal her ach, da ha, ich hab was das auch heilung danke danke und spritz dich doch immer selbst ach, da ah, muss ich jetzt auf oh man na, jetzt hier, gut hoch, da unten da unten ok, 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 ok so, dann wollen wir mal und jetzt? jetzt, jetzt muss man hacken und wir müssen auch passen ja, das ist ja nicht so wild oh, bis ja schon oh, da hinten sind noch zwei außer wenn man alleine ist ganz am Ende da mehr ist alleine kann sich inzwischen wieder selber spritzen mal gucken alter du blöder Schrotfunzi da brennt was oh, brennt viel oh oh die ganze Stadt brennt oder also das Terminal kann man ganz hinten ist das Terminal wieso die sind blockiert die sind in jeder Runde die sind nur eins es gibt immer nur eins was aktiv ist und das wechselt die ganze Zeit ah, ok cool da hinten lang ja ich glaube wir bekommen gerade einen fetter ja ein fetter ja ein fetter oh 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 wow, what the fuck das war ja schon what the hell what the hell are you serious killing me what the 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 das Terminal dahinten ich muss mal schnell zum Terminal hab ich nur noch mein Messer ja ich hab auch nur noch ein Messer dann hab ich mir gefunden gröner also ich hab vor ich um jeden Fall in welchen Wochen nur wo es ist das Terminal da auch irgendwo mehr nur noch wo aber es ist das ist ja auch zu sehen aber sind so und die 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 ja 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 Fakt 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 wie es mir ging wenn du auch noch geht was er gesagt was ist das was hab ich gerade gekriegt oh yeah ich hab wieder Mund das war alles nachladen hier so oh oh net shirt so oh oh mein Gott achso war schön auf Cycle feiern genau feier 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 nicht feier dich an die hat die hat als man nachladen ich fasse es nicht hier knallzt der war schnell gut ok gehör schnell nochmal zum Lenkens nochmal aufladen ich bin die mir runter zum defo am besten dem post hat mich erstmal nochmal löschen aufgeladen das ist das so, ja, das ist noch nicht das Schlimmste Nö, wenn wir noch schlimmer wenn wir nachher mit den Stingern kommen Ja, die Stinger sind echt abartig zu den anderen, zu den anderen, zu den anderen zu den anderen das Spiel nicht lässt vor der Kampfstadt, du kannst nicht alleine rumlaufen Huch! 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 Krieg ich meine alte Mundwaffe nicht wieder irgendwie? Nein! Nein! Oh, ich komm hier raus gut! Das ist ja scheiße! Das ist wie bei normalen Blacklight, wenn du die Waffe wegkriegt Huch! 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 Dich! Huch! 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 Ich habe nur eine Mundpacke gesammelt Ich bin da irgendwie so drüber geschleit Ich wollte das nicht meinen Ja, stimmt doch du Penner Okay, ich habe keine Waffen mehr Das ist das Depot, wo ist es da oben? Darum! Von Voco! Oh ja Munition, das tut gut. Bitte schön Hamster. Danke. Gerne doch. Ja. Amst. Tanzschlapper-Tanz. Und nochmal Munition auffüllen, weil ich glaube, das dürfte mir hier echt kein Problem darstellen. Oh danke. Und da. Und noch. Da kommt der Flakverbe. Ja, aber wir haben einfach Flakverbe. Stopp. Fest. Ich muss sagen, ich fand es sehr rentabel, denn die passive war, also die Sekundärwaffe gegen Flamme. zu tauschen. Das ist wohl nichts. Ach stimmt. Ja. Stopp, gib mir den Flamme. Oh, putze. Kommt ja da einfach so von der Seite und meint, ne. Ihr könnt hier mal. Das ist einer. Ich finde die Saufung hinter dir. Oh, ich bin fast dran. Da kommt mal her. Da ist noch einer. Oh, äh, so ein paar. Also. Ja. Danke. Das Moni, geht von durch. So. Auch die Jemann, ansonsten nämlich so. Nehm. Alter, sehe nix. Oh. What? Ich hab grad'n's Dinger gehört. Ja, das war ich. Also. Na gut. Moni. Dacht schon, ich wär schon soweit. Habt nur noch alles aus. Depot ist da oben. Ha! Nein, 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 ich brauch mal, ich brauch mal. Da komm wieder einer mit. Da ist noch ein Flammenwerfer. Feuerzeug. Ich will nicht den Flammenwerfer. Ich will mein... Ich will... Schlumpelwer. Weißer. Oh, wieder da unten. Schockenstumwerfer. Kann flammenwerfer. Das Depot gerade. Ja, aber... Einemischen drauf, so wie ich gerade. Der hat ganz gut rum. Mhm. Ne, das kommt schon so fort. Takt, 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 takt. Kein Rückenreinfall. Rückenreinfall. Rückenrein. Oh, oh, ich hab keine Muni mehr. Jetzt das hier! Bordi! Lass mich durch. Ich bin in Angst. Oh, ich hab... Ich hab... Pläne Verwender. Ich auch, ich auch. Gut eingekettelt. Ich auch. Ich komm hier nicht raus. Wo seid ihr, wo seid ihr? Ich bin... Keine Ahnung. Es ist da oben, es ist da oben, es ist da oben. Noch 10 HP. Noch 10 HP. Hinter dir ist ein Hund. Hinter dir ist ein Hund. Was? Boden, auf den Boden. Nicht schon großer jetzt. Oh, fetter. Nooo. Da kommt der Big Daddy her. Nein, meine Maus ist wieder weg. Der hat es auf mich aufgesucht. Alter, dass er ein bisschen ruhig war. Also. Wau mal, warum? So, der hat man schön. Treffer ab und kriegt. Ach, das ist nicht deutsch. Ist der große dauernd? Oh mein, ist dauernd. Beck dich! Oh! Boah! Nicht geholt. Ist das gala, natürlich. Komm mal her mit deinem Feuerzeug. Wie so ein Känguru, dann kann ich die auch nicht heilen. Oh, hey. So. Ach, das Schirr ist ja direkt das Depot. Ist du mal weg? Geht doch. Danke. Dribbeln. Oh, wo haben wir ein Depot? Interessant. Super schön. Interessant, der Flammenwerfer, den wir bekommen, den können wir gar nicht nachladen. Geh mal mit den letzten Meter töten. Ja, mach was. Und den letzten beiden. Okay, wir will schön hier so ne Runde oder was. Ja, wir haben den totalen Krieg verpasst. Oh, Selma Kniebeugen. Ja. Ach, war bei mir Kniebeugen. Oh. Haha. Eh. Hey, warte. Warte, was ist mir sag' ich, noch so? Ja, was ist mir sag' ich, noch so? Ja. Verdruckend. Verdruckend. Oh, wohl nicht beißen! Wer da oben kommen so. Die erste Welle zumindest. Ja. Ach, der Scheiße, Alter. Ich glaube, du hast die Vorhut, oder? Er kommt runter. Komm doch runter, ihr Penner. So. Oh, ich dachte, der Ohmacht ist Stinger. Oh, ich dachte, der Ohmacht ist Stinger. Oh, meinst du? Oh, meinst du? Jetzt ist er leer, oder was? Nee, geht noch, okay. Okay, cool. Oh, wo ist das? Wo ist noch, hm? Was wollt ihr da, hm? Was wollt ihr da? Was wollt ihr da? Es gibt keinen gebratenen Hamster. Geh weg. Entschuldigung. Da-da-da-da-dam. Du dich. Nicht eine Menge Muni rum. Was wer braucht. Ja, ich hab gesagt, schon holt, ich hab wieder 50. Was hat denn der davor? Oh, Stringer! Mann, was ist das Ding? Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Du bist hier nicht aufني. Mann, Mann. Mach das Beide. Herr, Mann. Erfolge dir. Erfolge dir. Es kommt mit, wenn ihr alle da hochgeht. Ich hab Angst alleine. Ja kommst du. Oh nein, ist das die Stelle, wo sie oben... Diese fucking Stelle, wo sie oben beim Depot sind. I don't like Mondays. Nee, ist der Mittwoch. What the fuck? Denner Puzzis. Oh. Ich hab einfach wild in die Menge schießen, auch da ist so ein packen Hund hinter mir. Na komm her. Hä? Halte hab ich ihn. Voll voll bäsch und bäsch bäsch und bäsch. Komm Moni. Oder irgendein Stinger oder sonst was. So ist gut. Profis kommt. Ja. Oh, oh. Da kommt drei mit einer Stinger. Wollte ich auch schon sagen. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja, na, na, na. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja, nö. Ja, guck auf mein Leben, dann weißt du's. Ja, hm, hm, hm. Ich hab keine Munition. Ich hab keine Munition kaufen müssen. Ich hab keine Munition. Du, falls es dem Punkt... Fuck's jetzt schelts. Das war... Du müsst mal ein bisschen weniger zickzack laufen. Gut und glücklich, jetzt kein hin. Und das Ding ist jetzt weg. Wollte ich nur schnell noch mal hellen. Das ist noch ein Mund. Man muss den Mund weg. What the fuck? Danke. Der muss das immer auch da sein. Hi. Hi. Von daher. Ja. Aua. Ich hab nur noch meine Ganase und ich hab keine Angst. Sehr ins Netz. Ich hab wirklich gar keinen Schuss mehr. Ich hab nur zwei Schuss mehr. Ich hab nur zwei Schuss mehr. Ich hab nur zwei Schuss mehr. Was? Nach die Wochenfahrt, nein. Dann wird das schon verstanden. Dann wird das schon verstanden. wir sind am depot die vor das kommt bestimmt wieder so ein fetter da ist er schon verrascht bei habe ich nicht und ich hab dann so der passt einfach mal so ein paar Stimme ein er ist auch ein schieser Tod was denn? das ist so weh das ist so weh siehst du doch auch wenn ich meine Kämmer nach der Nahrstation will ja aber die beiden müssen nicht ja ja der geht's im Moment ne du hast noch nicht mehr Gesundheit in Ordnung ja davon rede ich auch Wanda Wanda Fick das Wo ist das Depot Wo ist das Depot Ich brauch Wurde Buch alles Gäh weg Fick das aber das ist ja schon übel so da oben sieht es übel aus ich war cool hier wir machen eigentlich Urlaub eigentlich was wir war schweißen cool nein scheiße Penner nein die Fußweg ja da bin so gut wie kaputt liegt von irgendwo schaden nach der Nacht Hilfe was sagst du mir Hilfe Hilfe wo seid ihr alte 1 2 genau so ja cool wie weit hier und wie weit da ja hier wird wie weit ihm was bin ich dort was ich hab dir doch nee kam die sich zu holen ich auch gerade in dem Moment wo es ist das Geld was die Puls kaputt ja ich will da kommt bei das ist das große große auf euch zu ja ich weiß so wie hast du Du gibst mir den Selbstziel, los! Der Skala hast du dich gekriegt. Ich hab dir zwei großen am Arsch. Ja, ich hab's bekommen, aber... Ich bin direkt wieder schade. Ich hab nur, ich hab nur ein Messer, es braucht Waffe! Das ist scheiß-fucking-debrot! Au, das leckt! Ich gib dir mein Messer! Harten Po, quer! Ich, ich! Bleib stehen! Das ist der Grundruhe! Komm schon! Jetzt seh ich gar nichts mehr! Wie viel der Messer hat in dem Po! Wohin? Skala! Es leckt! Es leckt! Es hört nicht auf! Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe! Rückwärts! Das ist meine Granatu, wohl recht! Ah, jetzt geht's! Na, jetzt geht's wieder nicht! Das sieht interessant aus! Bei mir hat's ihn noch nie... Jaaaa! Geiler Scheiße! Uh, was weiß! Weiß! Huhuuu! Haha! Na, zeig heute die ganz sehr schönen Punkte bekommen wegen Heiln... Ja, das sieht man auch, dass ich ein gutes Team war... Ja, ja, auf jeden Fall! ja aus deinem Job entsprechend gesteckt nur eine Runde oder von mir aus nur um einen halbwert mit euch glaubt hier ist besser wie die Fie er also einmal hat mich gesagt nicht 400 gp die sind ja so übelsteuer er bekommt man aber auch so retten die hat nur schneller mit dem Defiz ja das ist ja der Gag an der Sache heilkritt ist halt echt geil aber das muss halt gegenseitig heilen